Hey Captain, geht's an Bord? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich tue mal eben die ganzen Sachen rein. So. Gucken wir noch mal. So. Komm, du scheiß Krokodil. Er kann doch nicht angeln. Wir haben den Wind, Captain. So gemacht, Captain. Alles repariert, Captain. Das Heldgeweiß. Was machen wir denn noch hier? Okay. Wir haben das Wasser. Okay. Okay. Wo kann ich mir besser eine Sperre machen lassen? Auch beim Waffenschmied? Geht das auch beim Waffenschmied oder... Wo geht das? Müsst du, glaube ich, auch. Da bist du. Habe ich dich, du blöde Mist-Sau. Ah, habe ich dich. Geht doch. Geht zurück auf eure Post! Was ist denn da jetzt los? Ja, wir haben's. We got it! Ich hab den einfach nicht richtig getroffen. Yay! We got it! Ich glaube, du hast die Säge gemacht. Okay, alles klar. Gehen wir gleich mal gucken. We got it! We got it! Tralalalala! Also jetzt mittlerweile geht das eigentlich, glaube ich. Ich glaube, die, äh, Dinger haben sich eingependelt. Die Server. Okay, vielleicht schon so haben wir. Gehen wir nochmal an unsere Fracht. Ähm. So. Was brauchen wir denn noch? Was war da denn noch? Ähm. So, was war denn jetzt die... Jetzt müssen wir mal übergucken. Ähm. Was war denn jetzt? Ähm. Heizahn, Krokodilzahn und Flusszahn. Okay, warte. Haben wir alle drei. Okay, haben wir. So. 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 Der hat ein Tabu gebrochen. Welcher Krieger widerspricht seinem eigenen König? Er schlug eine andere Strategie vor. Kapitän, ihr betretet also kriegerisch und er... doch wenn... Socht mit euch. Aber ich habe doch den Heizern. Na, Heizern? Gucken wir mal ein bisschen hier um. Was bist du denn? Notiz. Ach, da ist einer schon wieder am Ballern? Warum ist es hier? Das verstehe ich nicht. Was habe ich denn hier? Jetzt müssen wir mal gucken. Was habe ich denn hier noch in der Quest? Ähm... Ablefern. Ähm... Hier darf ich nicht lang. Hier fehlt noch irgendwo das Feuer. Tatsächlich... Oh, guck mal da. Man muss es nur sagen. Schön. Schön. Mal Kokosnüsse mitnehmen. Ich finde das schade, dass man Essen nicht auch verkaufen kann. Essen verkaufen wäre eigentlich auch ganz cool. Ich glaube... Weil gibt es hier tatsächlich nicht. Geheimnisse und Gelegenheiten von Sand an zu deinem Vorteil und Pfeile an deiner Legende. Ähm... Ich habe hier... Seht ihr das? Ich habe hier so ein... Ich glaube, wir brauchen mehr Reparatursets, Captain. Hm... Ja, traditionell. Wo komme ich denn da am besten hin? Äh... Da auch. Wo komme ich denn da am besten hin? Da kann ich es auch verkaufen. Oh Gott, Alter. Könnt ihr nicht irgendwo in der Nähe sein tatsächlich, wo ich dann hinkann? Dass ich immer so weit wegschippern muss. Immer so weit wegschmeißen... Ich bin wieder da汁. Ich bin wieder da, und dann die Pfeil auszudrücken. Ich bin wieder einfach... Hier gibt es nicht noch! Egal, du kümmere halt. Deine. Ich bin wieder... Was das gehört im Geénom? Ich bin wieder... Hinsicht... Ich bin wieder da. Vielen Dank.